Und nun, meine Damen und Herren, habe ich vor Ihnen einen Film zu zeigen. Ein Film sollte ja wohl bei Darbietum von mir doch dabei sein. Ich habe einen Film gewählt aus der großen Reihe der Kurzfilme, die ich mit Manfred Degner in Berlin habe machen können. Alles Filme, nur Bild und Musik. Ich habe den Film, den Titel Zeichnungen von Ostwin, aus mehreren Gründen gewählt. Erstens mal ist er auf der Schallplatte bei Darbietum, die Musik ist da erschienen. Zweitens mal wird gerade jetzt an diesem Film eine Studie gemacht über meine Filmarbeiten, so etwas, dass dieser Film als Beispiel gewählt wurde. Und drittens und lasst noch nicht, der Film stammt aus dem Jahr 1962. Es ist das gleiche Jahr, in dem auch Alfred Hitchcock's Film entstand. Und vielleicht könnt ihr so manche Ähnlichkeiten hier feststellen. Der Witz ist natürlich bei solchen Filmen, jedenfalls für mich, dass erstens mal die Musik den Charakter trifft und dass zweitens mal natürlich die Synchronität absolut lippensynchron, wie ich das sage, ist. Sonst hat ein Trickfilm nicht viel Witz, wenn da die Zeichnungen laufen und es kommt nichts entsprechendes an der Musik. Der Trickfilm Adelie von Dornjok hat natürlich die Bilder von Ostwin sehr schön lebendig gemacht. Und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß dran. Oh, wow, 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 wow! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020